Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 11. Juni. Die große Verliererin bei der Europawahl, die SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley, denkt nicht über Konsequenzen aus ihrem unterirdischen Abschneiden nach. Sie sei im Moment überhaupt nicht mit eigenen Ambitionen beschäftigt, so Barley nach Beratungen des SPD-Präsidiums zum Wahldebakel. Sie erwiderte auf die Frage, ob sie sich mit einem solch schlechten Ergebnis erneut als Vizepräsidentin des Parlaments bewerben könne, das sei ein eigener politischer Bereich, wo eigene Gesetze gelten. Also das heißt, so schreibt Mario Turnes bei Tichys Einblick, sie sagt es so offen, wie eine Bewohnerin einer Käseklocke halt sein kann. Gemeint ist mit diesem Satz, dass nicht der Wähler darüber entscheidet, welche Ämter Barley bekommt. Du kannst der größte Verlierer sein, solange du dich beim Klüngeln im Hinterzimmer durchsetzt, bekommst du das Amt. Das ist das eigene Gesetz in Europa, das Barley meint. Sie habe dem rbb24-Inforadio ein Interview gegeben, das einen schönen Blick darauf wirft, wie fortgeschritten mittlerweile die Isolation in der Käseklocke ist. Das Wahlergebnis passe nicht zu der optimistischen Stimmung, die im Wahlkampf geherrscht habe, so Barley. Und ihre Stimme drückte das Entsetzen darüber aus, wie schockiert die SPD-Spitzenverliererin darüber ist, dass die Welt außerhalb der eigenen Parallelwelt so anders ist und so groß, so Mario Turnes weiter. Vertreter der SPD, ihre Ministerien und ihre Verbände sperren mittlerweile in den sozialen Netzwerken jeden, der nicht ihr Lied singt. Seit Olaf Scholz und andere mit Hau-ab-Rufen begrüßt werden, sperrt die SPD nicht angemeldete Besucher auf Wahlveranstaltungen aus. Und so kann dann Barley mit Sozialdemokraten an ihrer Seite zu Veranstaltungen ziehen, auf denen dann nur Sozialdemokraten auf sie warten. Plötzlich ist dann die Stimmung so optimistisch, dass eine Kandidatin sich gar nicht vorstellen kann, dass sie schon wieder auf das historisch schlechteste Ergebnis aller Zeiten zusteuert. Sie war Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl 2019. Sie holte das schlechteste bundesweite Ergebnis der Partei in der Geschichte der Bundesrepublik. Dafür wurde sie mit dem Amt der Vizepräsidentin des Europaparlamentes belohnt und dürfte 2024 wieder Spitzenkandidatin der SPD sein. Wobei sie erneut das schlechteste Ergebnis aller Zeiten holte, noch schlechter als 2019. Und dafür wird sie jetzt als Präsidentin des Europaparlamentes gehandelt. Kein Witz. Die Blase aus Politiker und Journalisten ist der Verlierer der Europawahl, so schließt Mario Turnes bei tiefes Einblick. Und es geht gleich weiter. Die CDU-Spitzenkandidatin von der Leyen will zuerst Gespräche mit den Liberalen und Sozialdemokraten suchen. Trotz der europaweiten dramatischen Verluste der Grünen betonte sie, dass der Klimawandel nicht aufhöre. Die EU müsse diesen weiter bekämpfen. Merz, der CDU-Vorsitzende, will von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin unterstützen. Der Europäische Rat schlägt die Präsidentschaftskandidaten vor, das Europaparlament wählt sie. Die Grünen-Spitzenkandidatin Terry Reinke sagte in Berlin, die Grünen seien zu Verhandlungen zur Bildung einer neuen EU-Kommission bereit. Und sie fügte hinzu, wir wollen mitregieren. Zentrale Themen der Grünen seien die Weiterführung des Green Deal, Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in der EU. In Berlin sagte die Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, Kanzler Scholz solle dem französischen Präsidenten Macron folgen, der am Sonntagabend neue Wahlen ankündigte. Die Ampelregierung mache Politik gegen die eigene Bevölkerung und die Menschen hätten es satt. Parteifize Tino Chrupalla sagte mit Blick auf den Erfolg der AfD bei jungen Wählern, die rebellische Jugend setze auf Protest und lasse sich nicht vorschreiben, was sie zu wählen haben. Die künftige Delegation der AfD im Europaparlament soll vom Thüringer AfD-Vize-Chef René Aust geführt werden, wie Weidel mitteilte. AfD-Spitzenkandidat Krah war aus der Fraktion Identität und Demokratie ausgeschlossen worden. Die AfD hatte Maximilian Krah verboten, Wahlkampf zu führen. In Frankreich wird am 30. Juni und 7. Juli ein neues Parlament gewählt. Präsident Macron selbst tritt nicht zurück. Er ist von den Neuwahlen nicht betroffen und noch bis 2027 im Amt. Dann sind die nächsten Präsidentschaftswahlen, bei denen er allerdings nicht mehr antreten kann. Denn es dürfen höchstens zwei Amtszeiten hintereinander folgen. In Belgien zieht Ministerpräsident De Croo Konsequenzen aus der Niederlage und tritt zurück. Seine liberale Partei erzielte bei den Parlamentswahlen mit weniger als sieben Prozent das schlechteste Ergebnis. Der belgische König hatte Großrücktritt angenommen. Auch in Spanien gab es einen Politikerrücktritt. Dort ist die spanische Arbeitsministerin und zweite stellvertretende Ministerpräsidentin, Yolanda Diaz, nach einem ertäuschenden Ergebnis bei den Europawahlen von der Führung ihrer linken Partei Sena zurückgetreten. Allerdings bleibt sie weiterhin als Ministerin im Amt. Ihre Partei erhielt nur 4,6 Prozent der Stimmen. In Finnland konnte die sozialistische Linksallianz überraschend zulegen. Die Partei erhielt 17,3 Prozent der Stimmen. Die Parteivorsitzende Lee Andersson, die 37-jährige ehemalige Bildungsministerin, erhielt mehr Stimmen als jeder andere Kandidat bei einer Europawahl erhalten hat. Die Wahlbeteiligung in Finnland lag bei 42,4 Prozent. Die konservative Finnenpartei, die an der Koalitionsregierung beteiligt ist, musste einen drastischen Rückgang hinnehmen. Sie erhielt 7,6 Prozent der Stimmen, was einem Rückgang von 6,2 Prozentpunkten entspricht, verliert einen Sitz im Europaparlament und verfügt jetzt nur noch über einen Sitz. Auch in Dänemark wurde die Sozialistische Volkspartei mit 17,4 Prozent der Stimmen stärkste Partei. Das sind 4,2 Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Wahl. Die regierenden Sozialdemokraten verloren 5,9 Prozentpunkte und erreichten 15,6 Prozent der Stimmen. Eines der größten Bauprojekte der Deutschen Bahn Stuttgart 21 wird ein weiteres Jahr später als geplant in Betrieb gehen. Das will heute die Bahn auf einer Pressekonferenz bekannt geben. Eigentlich hätte der neue Bahnknoten im Großraum Stuttgart nach mehrmaliger Verschiebung 2025 in Betrieb gehen sollen. Doch bereite vor allem die teure Technik der neuen digitalen Steuerung Probleme. Derzeit gehe die Bahn von Kosten in Höhe von 11 Milliarden Euro aus. Diese dürften laut Schätzungen auf mindestens 12 Milliarden oder mehr steigen, berichtet der Spiegel. Anfangs bewegten sich die Kostenschätzungen noch in Höhe von rund 3 Milliarden Euro. Im Dezember 2019 sollten die neuen Strecken in Betrieb genommen werden. Dennoch müssen schnelle ICEs auf kurvenreichen und langsamen Strecken aus dem 19. Jahrhundert fahren. Und der Stuttgarter Innenstadtbereich rund um den Hauptbahnhof wird also noch längere Zeit eine Großbaustelle bleiben. In Saarbrücken stach gestern ein Unbekannter in einem Regio-Zug der Bahn auf einen Fahrgast ein. Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge stach der bisher unbekannte Bahnreisende kurz vor dem Halt im Hauptbahnhof Saarbrücken unvermittelt mit einem Messer auf einen 21-Jährigen ein und verletzte ihn dabei am Hals. Nachdem der Zug hielt, flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Der Tatverdächtige sei 1,80 Meter groß, habe schwarze Haare und eine graue Jacke getragen. Er befinde sich weiterhin auf der Flucht. Zu den Beteiligten und einem möglichen Tatmotiv könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es. Ein Sprecher der Bundespolizei wusste, es sei eine spontane Tat gewesen. In Berlin will heute der Präsident der Ukraine, Zelensky, vor dem Bundestag sprechen. Er will außerdem auf dem Messegelände zusammen mit Kanzler Scholz eine internationale Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz eröffnen. Die Förderung einer stabilen, demokratischen und wirtschaftlich prosperierenden, freien Ukraine liege im deutschen Interesse, heißt es in einem Papier. Allerdings sei der Finanzierungsbedarf mit öffentlichen Mitteln allein nicht zu bewältigen. Deshalb wolle man private Investoren dazu holen. Zusätzlich kann Entwicklungshilfeministerin Schulze wieder über das reden, was sie am liebsten macht, Geld in aller Welt ausgeben. Auf einer Konferenz des Wirtschaftsforums der SPD und der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sie über den Wiederaufbau der Ukraine im europäischen Kontext geredet und einen Sondertopf gefordert. Der Auftritt Zelenskys führt heute zu weitreichenden Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen in Berlin. Der Luftraum wird gesondert überwacht, Gebäude werden von der Polizei mit Spürhunden nach Sprengstoff durchsucht, Scharfstützen wurden postiert und Spezialeinsatzkommandos stehen bereit. In Argentinien löst Präsident Milay die Überreste des Ministeriums für Frauen, Geschlechter und Vielfalt auf. In einer Erklärung, die das Ministerium auf X twitterte, heißt es, dass das Ministerium für Frauengeschlecht und Vielfalt von der vorherigen Regierung für parteipolitische Zwecke gegründet und genutzt wurde, um eine ideologische Agenda zu propagieren. Außerdem habe keine Maßnahme des Ministeriums zu einer Verringerung der Kriminalitätsrate geführt. Apple hat gestern seine lang erwarteten neuen Funktionen für künstliche Intelligenz angekündigt, darunter Tools, die von ChatGPT unterstützt werden. Die Plattform mit dem Namen Apple Intelligence soll helfen, Texte zusammenfassen, Originalbilder zu erstellen und die relevantesten Daten abzurufen, wenn die Nutzer sie brauchen, so heißt es. Apple stellte außerdem neue Versionen des Betriebssystems für iPhone, iPad und den Mac vor. Das Unternehmen kämpft auch mit einem Umsatzrückgang. In fünf der letzten sechs Quartale ging der Umsatz zurück. Gut solange Apple sich mit Gendern beschäftigen kann und seine Benutzer traktiert, scheint es noch nicht so schlecht zu gehen. Denn immer mehr Benutzer empören sich über die Versuche, Ordnernamen zum Beispiel in sogenannter Gendersprache zu betiteln. Das kann von den Benutzern nicht geändert werden. Und offen ist, ob sich die künstliche Intelligenz die Verschandelung der Sprache gefallen lässt. Das wäre sozusagen der erste Intelligenztest. Das Wetter ist heute geteilt im Norden und Nordwesten, Wolken, Wind und Regenschauer. Dann folgt in der Mitte ein breiter Streifen mit trockenem und meist freundlichem Wetter, der sich von Baden-Württemberg bis nach Sachsen und Brandenburg zieht. Im Süden in Richtung Alpenrand gibt es dann wieder vermehrt Wolken und Niederschläge. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 und 20 Grad. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Der Wind wehte mittags schwach. Die 30.000 Windräder im Land lieferten gerade einmal 7 Gigawatt elektrische Leistung. Von den Photovoltaikanlagen kamen mittags um 12 Uhr 37 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten knapp 16 Gigawatt. Abends um 20 Uhr mussten sie dann auf 25 Gigawatt Leistung hochgefahren werden. Denn die Solaranlagen lieferten immer weniger. Die Windräder mit knapp 18 Gigawatt ein wenig mehr, weil der Wind abends merklich auffrischte. Und es mussten 5 Gigawatt um 20 Uhr aus dem Ausland importiert werden. Zu einem Preis von 124 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichys-einblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.